... zwischen den Vorderbeinen und den Zinsen. Und so als kleinen Elefant ist natürlich der Rüssel nicht mehr zu kommen und nicht mehr zu sein. Das ist am Anfang nicht immer ganz einfach. Wenn er auf die Welt kommt, hat er noch nicht so die Fertigkeiten mit dem Rüssel umzugehen. Also er muss das zuerst einmal lernen. Aber ein Elefant, der ist auf die Welt kommt, muss er natürlich trinken gehen und dann muss er sich natürlich etwas helfen müssen. Er muss also entweder den Rüssel auf die Seite herauslegen, muss nicht, dass er etwas komplizierter kommt.